Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ist das eine Pistole in Ihrer Tasche? Nein. Ich freue mich nur, Sie zu sehen. Bitte nicht eifersüchtig werden, Herr Kommissar! Das wird jetzt ein Zungen-Tango! Unfassbar! Und war das mit Käthe? Bist du eifersüchtig? Keine Sorge, rein geschäftlich. Kratzbürste. Musst du immer eine kurze Leine halten. Weißt du auch nicht, was all die Kunden an dem Film... Äh, Kunden? Du gefällst mir richtig gut. Doch, du gefällst mir viel besser. Eine wie dich könnte ich brauchen. Brauchen? Wir öffnen gleich. Und da muss die männliche Turteltaube leider verschwinden. Wir sind nämlich ein reines, damit etablissement. Wir schießen hervor. Wir quälen wie laut aus der Brust. Wir gönnen den anderen keine Blicke. Wir sind hier und scheuchen von allen Orten die anderen fort. Wir sind wir! Wir aber! Wir aber! Wir aber! Wir aber! Wir aber! Wir lieben! Und die Ruhe aus dem Volk? Ist das die Feier schon vor dem Fest? Oder die Ruhe vor dem Sturm? Oder der Wind, der vor dem Gewitter herfliegt? Oder wer scheucht hier wen fort? Wir sind wir! Wir sind wir! Nach festem Gesetze, wie einst aus heiligem Chaos gezeigt! Ein Anhang zum Leben sind sie! Ein vom Felsen zurücktönender Nachhall einer schon verstummten Stimme sind sie! Sind nicht wie wir! Nicht hier zuhause in unserem Boden! Und werden vom Gebirge nicht gehalten! Wir haben einen oder wo er schon gesteckt wird.